Je früher, desto besser. Das gilt natürlich auch für den Vermögensaufbau, insbesondere für die Generation Z, also all diejenigen, die zwischen 1995 und 2010 geboren worden sind. Fragen dazu an Vermögensurwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Zunächst mal ganz grundsätzlich, wie können junge Leute denn effizient Vermögen aufbauen? Gibt es eine Faustformel? Naja, zuerst muss man sich mal einen Finanzplan machen und schauen, was habe ich denn an Euros übrig? Was brauche ich nicht zum täglichen Leben? Sinn macht es natürlich. Je früher, desto besser, sich darüber Gedanken zu machen, um später dann auch mal finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und Vorsorge für sein Leben. Gerade wenn man jung ist, hat man noch nicht so viel Geld zur Verfügung, um ganz breit zu streuen. Könnte man da erstmal mit ETFs anfangen? Ja, definitiv. Es gibt die Möglichkeit, mit ETFs, mit Fonds oder auch mit kleinen Einzelaktien zu investieren. Auch ich habe meine erste Aktie mit 14 Jahren gekauft und ich habe nicht 100 Aktien gekauft, sondern fünf Stück. Also auch mit kleinen Beträgen kann man durchaus beginnen. Wichtig ist, dass man investiert und an der realen Wirtschaft partizipiert. Reicht für den Beginn vielleicht erstmal auch ein ETF auf den MSCI World, also den sogenannten Weltindex, um einen Einstieg zu schaffen? Definitiv. ETF ist einfach zu verstehen, ist einfach zu handeln und bietet schon mal die Möglichkeit, mit kleinem Geld an einem großen Wirtschaftsaufschwung auch teilzunehmen. Deswegen ist zu Beginn der ETF ideal. Der hat eine niedrige Kostenquote. Und mit dem MSCI World denke ich natürlich das Gros der internationalen Wirtschaft ab. Was sind so minimale Sparraten, mit denen man beginnen kann? Denn wir haben ja darüber gesprochen, junge Leute haben vielleicht nicht so viel, um Geld zur Seite zu legen. Naja, das können bereits Beträge mit 25, 50 Euro sein. Oder ich habe für meinen Enkel jetzt mit 100 Euro einen Zuschuss gestartet, der jeden Monat beginnt, damit die Kleine, wenn sie 18 ist, über ein gewisses Vermögen einfach verfügt. Also Hauptsache anfangen und dann die Entwicklung, wie man sich persönlich und finanziell entwickelt, auch anpassen. Viele fragen sich dann auch, wenn Sie den ETF-Sparplan sehen, da steht das Wort Dynamisierung. Was hat es damit auf sich, Herr Glogger? Und wie sinnvoll ist es, eine Dynamisierung einzubauen? Ja, die Dynamisierung hat den Vorteil natürlich, dass die Sparrate jedes Jahr einfach höher wird und damit auch der Inflation angepasst wird. Wenn ich heute 100 Euro anspare, sind es ja nächstes Jahr bei 3% Inflation nur noch 97. Also das heißt, ich muss eigentlich 103 einfach dargestellt ansparen, um real eben den gleichen Wertzuwachsum haben. Deswegen empfehlen wir grundsätzlich eine Dynamisierung bei jedem Sparplan mit einzugehen. Die lässt sich ja auch mal aussetzen, wenn irgendwann mal Hochzeit, irgendwas anderes ansteht und dann aber wieder aufnehmen. Ganz am Ende noch eine offene, ehrliche Frage mit der Bitte, um auch eine offene und ehrliche Antwort an Sie als Vermögensverwalter. Darf man eigentlich auch mal ein bisschen zocken als junger Mensch an der Börse? Tja, also mit meiner jetzigen Erfahrung sage ich nein. Zocken führt dazu, dass man Geld verliert und das tut unheimlich weh. Ich selber habe die Erfahrung als junger Mensch allerdings auch gemacht, weil man ist da natürlich auch mal gierig oder meint, man hat den tollen Tipp oder die tolle Empfehlung von irgendjemand. Aus heutiger Sicht rate ich ab. Und auch bei meiner Enkelin starten wir konservativ mit klaren Werten, die eben mit Zocken nichts zu tun haben, sondern da später auch was übrig bleibt. Klare Ansage, wenn es irgendwie geht aufs Zocken verzichten, sagt Vermögensverwalter Andreas Glogger. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag in München. Dankeschön. Dankeschön.